So, sind wir irgendwie einsatzfähig? Können wir irgendwas bewirken? Haben wir 119? Wir können einiges bewirken. Oh, da ist ein Feindschutz, den schnapp ich mehr. Das ist derselbe wie vor uns. Ne. Was? Alter, das ist wie so ein E-Bremser, ey. Oh Gott. Immer noch nicht. Ne, was? Wie schnell läufst du? Ja. Funkanlage frei, komm rein. Das ist der Heddy, der auf uns schießt, oder? Uge! Verdammte Scheiße! Ja, ich bin schon zum Helikopter. Oh Gott, feine Richtung Westen. Blick an, warte. Ah, komm! Und... Was sagt denn? Der geht runter! Juhu! Oh Mann, Kugel! Wo ist der Wichser? Da drüben verdammt! Was war das? Das war ein Schütze, der hier aus Norden kam von uns. Oh, diese Ersthilfe ist zeitaufendlich. Und man kann sich ja nicht regen jetzt. Snack! Ab, weil ich mich versorge, ey! Oh, zack's! Ey, also ich hab mir grad erste Hilfe noch geben können. Ah, jetzt hab ich sowieso kaum Landmaterial, naja. Wo ist denn der Scheiße? Ja, Richtung Nordwest sind die alle unterwegs. Rechts von uns! Rechts von uns! Rechts von uns! Rechts von uns! Rechts! Rechts! Wie geil! Kugel? Ja. Jetzt aber bitte... Ja! Warte, jetzt tauschen wir gleich mal die Blätter! Hahaha! Ich deck jetzt Richtung Nord-Ost und du kannst dort unten Richtung West die Feinde ausschalten. Und vor allen Dingen das Fahrzeug, was da auf dem Hang steht, Richtung 2300 oder so. 2300? Ja, 30000. Na warte, ich schalte erstmal den Wichser da oben. So, Waffe aufgelegt, Feind amüsiert und Feuer! Was? Oh, der ist nach! Oh, Mann! Ich hab ihn, ich hab ihn! Wo bist du? Lebst du noch? Ja. Ich bin okay. Das ist so krass. Was haben wir da? Hm. Sieht ein bisschen für ruhig aus. Döder! Oh! Wo kommt das denn von links eigentlich? Was wird das? Das hört sich auch nicht gut an. Kübel! Ah ja, vorne an der Bunkerstellung. Da, wo ich als erstes hin wollte. Warte! Warte! Woher das? Warte! 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 Ich muss... Leckung gehen! Waffe aufgelegt! Viel amüsiert! Und... Warte! Ich kann nicht schießen wegen dem Ding, ey! Ich feure! Ja! Toll! Das ist so geil! Jetzt aber! So, ich schau mal weiter! Oh ja! Final... Da ist Fahrzeug jetzt mitten auf der Straße. Müsstest du sehen. 3-0-0! Halt! Halt! Kugel! Mann! Ja! Kugel steht nicht nur für Kugel verratein, sondern auch Kugel fangen, ja?